Sie sind eine Visitenkarte unseres Landes. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn ganz viele wunderbare deutsche Schulen im Ausland besucht. Sie teilen etwas mit über das moderne Deutschland, sicherlich auch über Werte, wie wir sie leben und pflegen, Toleranz und Vielfalt. Auf der anderen Seite sind es natürlich, und das sollen sie auch sein, Orte, in denen Kinder ganz selbstverständlich miteinander lernen, umgehen, essen, feiern, was alles dazugehört. Dort wird Deutsch unterrichtet. Man lernt, sich mit der eigenen, aber auch mit der anderen Kultur kritisch auseinanderzusetzen. Mathe, Physik, Genie, Biologie waren immer so mein Lieblingsbecher. Das deutsche internationale Abitur und das International Baccalaureat, was weltweit anerkannt ist. Dass mir Türen öffnen konnte, nicht nur in meinem eigenen Land, aber weltweit. Schülerinnen und Schüler, die blendend in der Lage sind, sich in fließendem Deutsch zu unterhalten und zu verständigen, aber eben nicht nur das, sondern das Bildungsniveau an den deutschen Schulen im Ausland ist sehr hoch. Die Lehrer sind entweder aus Deutschland oder keine Lehrkräfte. Das sind zwei unterschiedliche italianen Konzepte, Kulturen, die dann aufeinandertreffen. Und das ist auch ein sehr gutes Zusammenspiel. Dieser Begegnungscharakter, das haben, glaube ich, alle Schulen, egal wo sie sind im Ausland, gemeinsam. Da konnte ich tatsächlich einen Austausch machen mit einer deutschen Familie und dann das Mädchen durfte auch zu uns. Es ist vor allen Dingen eine gute Gelegenheit, deutsche Sprache zu lernen, etwas über Lebensstile in Deutschland kennenzulernen. Was ich cool fand, ist, dass es viel Austausch zwischen diesen einzelnen Schulen gab. Einmal fand Jugendmusiziert statt. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Was ich halt sehr gut fand in Deutschland, dass ich sehr viele Praktika und studentische Jobs machen konnte. Im späteren Leben hilft das nur. Wir dürfen davon ausgehen, dass für die Kinder deutscher Eltern im Ausland eine deutsche Schule im Ausland auch ein bisschen Heimat vermittelt. Für andere Schülerinnen und Schüler ist es vor allen Dingen eine gute Gelegenheit, sich genauer zu versichern, wie ihr weiterer Berufsweg aussehen soll, ob Deutschland eine Rolle spielen soll. Man entwickelt einfach ein anderes Kulturverständnis, eine Offenheit für andere Kulturen. Und dass man gelernt hat, wirklich offen zu sein und ein offenes Weltbild zu haben. Zu wissen, dass in dieser globalisierten Welt nicht nur Austausch von Waren gefragt ist, sondern kultureller Austausch mindestens so wichtig ist und die Begegnung mit anderen eben auch. Ich habe tatsächlich noch Freundschaften, die mittlerweile auch in Deutschland sind. Diese besondere Verbundenheit, die ein Leben lang dann dauert. Selbsterkenntnis. Alles ist machbar. Mit viel, viel Lernen. Die ersten Hürden, die haben sie eigentlich durch die Vorbereitung der deutschen Schule schon überwunden. Da war schon diese Schulzeit so ein Anker in dieser neuen Welt. Und ich glaube, für jede Schülerin und jeden Schüler ist das genauso. Eine Reise. Wie ich höre, haben die meisten wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich danke dir. Aber ich bin dieser Politik übrigens, was ich ein paar Träber macht. Untertitelung des ZDF, 2020